Und es geht weiter mit Let's Play Spellforce, The Order of Dawn. Jetzt können wir hier das Lager endlich vernichten. Und hier haben wir Bären. Genau das, was ich gebraucht habe. Na, keine Chance, wa? Tja, so läuft das. Die Rune ruft. Sofort. Ja? Ähm, da ist der Handwerker. Ja, sofort. So. Hm. Ja, Nahrung können wir im Moment nicht nochmal... Brauche jetzt aber trotzdem... Ja, sofort. Ein paar Elfeneinheiten. Ich eile. Ja, wir haben hier eine wichtige Ressource gefunden. Nahrung. 500 immerhin. Mit Nahrungsleiter zusammen wären es dann 1000. Es ist auch nicht so schlimm, dass wir jetzt noch ein Nahrungslager bauen müssen, denn je mehr Nahrungslager wir haben, desto schneller ist die Regeneration unserer Einheiten. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Auf mein Kommando. So. Damit wäre... Ey! Im letzten Moment, ey. Hat zum Glück nichts mehr... ...erreicht. Schnell! Schnell wie ein Pfeil! Wir können theoretisch auch nochmal Brenn fragen. Vielleicht hat er jetzt wieder... ...ein bisschen was an... ...Ressourcen für uns. Ja, sonst war hier nichts. Ja? Lenia, wie viel haben wir da noch? 500. Sonst müssen wir dieses Lenia vorkommen hier dann noch anzapfen. Was ist denn hier oben noch? Ah! Guckt euch diesen Wall an! Was sind das hier? Noch mehr Bria-Wölfe. Oh Mann, oh Mann. Diener des Feuers. Da können wir Einheiten beschwören. Toll, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das sich lohnt, ob die was drauf haben, aber... ...so ein kokelendes Stück etwas in der Armee, das ist doch eigentlich eine gute Sache. Ah, unser Retter. Willkommen zurück. Hast du was für mich? Könnt ihr noch Güter entbehren? Ich muss erst einmal nach... Ja, okay. Hat keinen Sinn. Nachher... ...kan ich ja vielleicht noch ein paar von deinen Erzählungen lauschen. Auf mein Zeichen. So, und jetzt! Ah! Auf meinen Befehl. Vielleicht sollten die Druiden beim nächsten Mal... ...lieber etwas defensiver... ...agieren. Ich hab keinen Bock, die zu verlieren. Die haben 100 Lenya das Stück gekostet. So, hier haben wir eine Zwergenstatue. Das symbolisiert uns, dass wir gleich eigentlich... ...auf Zwerge treffen müssten. Bärensammler. Und... ...Nahrungslager. Direkt hier dran. So sei es. Das Bauwerk ist vollendet. Was soll Hume Ahrens? Sprecht dorthin, wie ihr wünscht. Hier ist das Nahrungslager. Das ist wichtiger. Wir wollen keine Beere verschwinden. Fertig, 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 fertig. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. So sei es. Ja? Es ist mir eine Ehre. Schon unterwegs. So, und ihr könnt zurückgehen. Oder irgendwo hier stehen bleiben. Dorthin. So. Ah! Der Corporate hat irgendwas fallen gelassen... ...und ich hab's nicht aufgehoben. Wohin soll ich gehen? Ärgerlich. Verdammt, da kommt schon wieder ein Bria-Wol. Da ist auch ein Bria-Wolf. Ah! So viele Lager. Zur Stelle! Das funktioniert auch. Was hat der Corporal wohl fallen gelassen? Ja. Ich hätte den, glaube ich, auch mit den Arbeitern looten können. Egal. Egal. 13 Windschutz. Was soll ich tun? Du stehst da nur voll rum. Ähm. Ich brauch schon mal ein paar mehr noch. Mein Boden für die der Windsch. Was soll ich tun? Wohin soll ich gehen? Ich höre... Seid auf der Hut. So. Bist du da? Rüstung der Armbrustschützen. Dafür bin ich den Weg zurückgelaufen. Ist ja dumm. Vielleicht finden wir hier noch ein Heldenmonument. Kann ich irgendwas auswechseln noch? Ne. Bei der Rüstung hatten wir ja gesagt, das ist Kettenpanzerhose. Zwar mehr Rüstung, aber die Werte sind mir da an sich wichtiger. Wofür war Intelligenz nochmal gut? Die Geschwindigkeit, mit der Mana regeneriert wird. Und ja, das machen wir mal. Können wir schneller Feuerball wirken. Peng, peng, peng. Pam. So, 200. Was ist euer Begehr? Das ist nicht weit. 200 Nahrung haben wir schon wieder. Geht gut. So, dann wären wir hier wieder vollzählig. Und wir können mal schnell ein bisschen Chaos stiften. Was haben wir denn? Ehrlich gesagt habe ich gerade Angst. Ich habe begründete Angst. Was soll ich los, Schwestern? Elendschnell wie ein Pfeil. Wie soll ich das nur jemals schaffen? Folgt mir. Rückzug. Eismagier, Eismagier, Eismagier. Vorsicht, Gegner! Ich werde gleich Zielschuss und Salve aktivieren. Ich werde gleich Zielschuss und Salve aktivieren. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die ich da noch habe. Irgendwas daraus zu machen. So, ihr Duidenen macht jetzt halten. Und der Rest kämpft. Wohin soll ich gehen? Kämpft. Runenkrieger, zu mir! Okay, geht ja doch ganz gut. Lass dich nicht unterkriegen, Waldes! Verdammt noch mal! Sie haben sogar einen Hypnotisten bei sich. Wir werden angegriffen! Zielschuss! Salve! Ahhh, ähm... Schuss! Heilung! Ich brauche Heilung! Ja, endlich! Ria-Wölfe, ihr könnt mir nicht schaden! Versucht es! Ihr werdet merken, dass ihr scheitern werdet!